Was willst du der Firma sagen? Leb wohl. Niemand steigt einfach so aus. Abwarten. Er sucht nach einer zweiten Chance. Toller Wagen ist der älter als ich bin. Ich hab Socken, die sind älter als du. Und das ist sein erster Fehler. Was ist los mit dieser Stadt? Haben die hier Giftmüll gefunden? Ein Kerl namens Delaney macht sich hier breit. Kauft alles auf, was er kriegen kann. Thomas Jefferson hat einmal gesagt, der Baum der Freiheit muss hin und wieder Nahrung bekommen. Und zwar Blut. Interessanter Mann. Sollen wir ihn uns vornehmen? Hör zu, Joe ist das Einzige, was ich noch habe. Wenn ihr mich los seid, nehmt euch Delaney noch härter in die Mangel als vorher. Der Kerl ist nur ein Immobilienhaar. Er spielt Gott in diesem Tal. Ich widme meinen Körper, meinen Geist und meine Seele unserer geheiligten Verbindung. Fallen lassen. Also gut, das Spielfeld ist abgesteckt. Das Spektakel kann beginnen. Was wollen Sie machen, Melon? Mich abknallen? Ich soll dich töten. Ich weiß. Melon! Sie sollten mich nicht bekämpfen, Richard. Wir stehen eigentlich auf derselben Seite. Wir sind uns sehr ähnlich. Ich finde, Sie haben recht. Bert Reynolds. Lauren Hutton. Und Cliff Robertson. Malone. P Her Haus Untertitelung des ZDF, 2020